Das Warten hat ein Ende. Drei Jahre nach dem letzten Teil der Dragon Age Reihe dürfen wir wieder unsere Streitexte und Dolche polieren und gegen das Böse in den Krieg ziehen. Ob Dragon Age Inquisition ein würdiger Nachfolger ist, verraten wir euch hier. Einige Jahre nach der Geschichte von Dragon Age 2 gibt es eine gewaltige magische Explosion, aus der eine Bresche entsteht. Nur eine Person überlebt diese Explosion, der Protagonist. Nachdem wir beweisen können, dass wir nichts mit der Explosion zu tun haben, machen wir uns gemeinsam mit Verbündeten auf, gegen das Unheil anzutreten. Dank einer magischen Verletzung an unserer Hand haben wir die Fähigkeit, Risse zu schließen, aus denen die Dämonen in unsere Welt kommen. Damit sich alle gleichermaßen gegen das Unheil verbünden, gründen wir die Inquisition. Doch nicht jede Gruppierung ist damit einverstanden. Schnell finden wir uns zwischen den Fronten verschiedener Glaubensrichtungen und sehen uns mit schwerwiegenden politischen Entscheidungen konfrontiert. Eine spannende Sage, die neben der Hauptstory viele kleinere Geschichten zu erzählen weiß und uns tiefer und tiefer mit in eine Welt voller Mythen und Magie nimmt. Wie immer darf jeder selbst entscheiden, wie sein Protagonist aussehen soll und was seine Stärken sind. Zur Auswahl stehen Menschen, Elfen, Zwerge und die Minotaurus-ähnliche Rasse Kunari, jeweils beider Geschlechter. Ob Schurke, Krieger oder Magier, auch in der Wahl des Angriffs kommt jeder auf seine Kosten. Nachdem wir uns die ein oder andere Stunde mit der Erstellung unseres Charakters beschäftigt haben, stürzen wir uns ins Spiel. Erstmals in der Serie bewegen wir uns in einer offenen Spielwelt. Jedes Gebiet, in das wir reisen, ist riesig groß und bietet uns eine Menge zu entdecken. Ein gut durchdachtes Kartensystem hilft uns nach ein paar Spielstunden Eingewöhnung immer schnell den richtigen Weg zu finden. Somit sorgen neben der Hauptgeschichte eine Unzahl von Nebenaktivitäten für Abwechslung und kurzweilige Unterhaltung. Kaum eine Aufgabe ähnelt sich und durch die offene Welt haben wir immer die Freiheit, selbst für Abwechslung zu sorgen, indem wir an verschiedene Orte reisen. Hier kommt eine weitere Neuerung ins Spiel. Ein härterer Lernprozess. Dragon Age Inquisition ist zwar nicht so hart wie beispielsweise Demon's Souls, doch müssen wir ähnlich wie dort viel selbst erlernen und bekommen nicht alles vorgekaut. So kann es schon mal vorkommen, dass wir falsch abbiegen und im nächsten Moment von einem Drachen gegrillt werden. Dieser Lernprozess macht wirklich Laune. Stunde um Stunde verstehen wir die Spielwelt besser und bewegen uns sicherer durch diese. Und nach 15 bis 20 Stunden hat uns die Sucht komplett geplant. Nur noch schnell diese Nebenquest. Ach, dann kann ich ja noch ein Lager aufschlagen. Oh, was ist das denn? Okay, jetzt noch zum Kriegsrat. Hier können wir übrigens erlangte Machtpunkte nutzen, um weitere Gebiete zu erforschen, durch Inquisitionspunkte diverse Boni erwerben oder unsere politischen Mitstreiter auf Missionen schicken, was uns Geld oder auch Einfluss bringt. Auch im Detail können wir uns lange aufhalten. Dies geht von der Zusammenstellung unserer Gruppe bis hin zur Herstellung und Verbesserung von Waffen und Rüstung. Denn gut gewappnet ist halb gekämpft. Hier liegt natürlich ein wichtiger Aspekt eines jeden Rollenspiels, das Kampfsystem. Durch gedrückt halten der Angriffstaste kämpft die Figur, die wir im Moment steuern. Jede Figur verfügt zudem über diverse Spezialaktionen. Wir können zu jeder Zeit zwischen den Charakteren unserer Gruppe wechseln und die Steuerung übernehmen. Die KI unserer Mitstreiter kann wieder über diverse Taktik- und Verhaltensregeln selbst gestaltet werden. Neu ist die Taktikansicht. Schalten wir diese ein, können wir die Kamera frei bewegen und jedem Gruppenmitglied Anweisungen erteilen. Anschließend können wir die Zeit so schnell vorlaufen lassen, wie wir es möchten und neue Anweisungen verteilen. Es geht super von der Hand und ist besonders in brenzligen Situationen ein hilfreicher Begleiter. Und vor allem, es sieht super aus. Bioware hatte schon immer ein gutes Händchen für saubere Grafik. Das beweisen sie auch wieder in Dragon Age Inquisition. Alles ist gestochen scharf und die Bilder bewegen sich super flüssig. Die Oberflächen erinnern teilweise an mattes Plastik, was die Charaktere im Spiel zuweilen wie Actionfiguren wirken lässt. Dem einen gefällt's, dem anderen nicht. Schade ist die Tatsache, dass gerade in den Zwischensequenzen die Bildwiederholungsrate in den Keller geht. Designtechnisch bleibt in Dragon Age Inquisition kein Auge trocken. Offensichtlich inspiriert von Herr der Ringe und Game of Thrones betreten wir immer wieder Settings, die uns zum Staunen bringen und uns für einen Moment still vor den Bildschirm fesseln. So muss eine Fantasy-Welt aussehen. Auch musikalisch werden wir immer wieder an die genannten Inspirationsquellen erinnert. Das darf man schon durchaus als filmreif bezeichnen. Wer gerne die deutsche Synchronisation nutzt, den können wir beruhigen. Wie üblich wurden erstklassige Sprecher mit ins Boot geholt, die jedem Charakter die passende Stimme verleihen. So kann es gut sein, dass sich euer Protagonist wie Sean Bean, bekannt als Boromir oder Ned Stark, anhört. Das ist eine lobenswerte Einstellung. Erstmals in der Serie können wir gemeinsam mit Freunden in die Schlacht ziehen. Der Koop-Modus bietet bis zu vier Spielern eine Reihe unterschiedlicher Missionen abseits der Hauptgeschichte. Hier kämpfen wir uns durch Dungeons und können unseren Koop-Charakter weiterentwickeln. Ein netter Spaß für zwischendurch, der allerdings keinesfalls in der gleichen Liga wie die Singleplayer-Kampagne spielt. Wer sich nur auf die Hauptstory konzentriert, wird ca. 30-50 Stunden gut beschäftigt sein. Möchten wir uns dem Spiel komplett hingeben und alles erleben, befinden wir uns jenseits von 100 Stunden. Wer auf leichte Rollenspielkost steht und mit übermäßigen Dialogen nichts anfangen kann, wird wenig Begeisterung für Dragon Age Inquisition übrig haben, sollte aber dennoch einen Blick riskieren. Zu Beginn kann es sehr hölzern und vor allem verwirrend wirken. Man muss sich auf das Spiel einlassen und gewillt sein, die Welt und ihre Möglichkeiten kennenzulernen. Lässt man sich darauf ein, bekommt man ein unglaublich umfangreiches Rollenspiel geboten, das einen so schnell nicht mehr loslässt. Eine ausgewogene Lernkurve und viele Überraschungen sorgen für unzählige Stunden Spielspaß. Fans der Dragon Age-Reihe sollten unbedingt zuschlagen, doch auch diejenigen, die gerne Mass Effect spielen und gegen ein Fantasy-Setting nichts einzuwenden haben, werden nicht enttäuscht sein. Habt Dank, Wirtabfund.